In der Früh fahre ich erst mit zur Arbeit. Ganz normal. Wenn ich ins Büro komme, mache ich zuerst das Licht an. Und fahre den Rechner hoch. Dann wird erst mal gearbeitet. Anderswo halt auch. Dann mache ich eine kurze Pause. Oder gönne mir eine kleine Refreshung. Und schau mal bei den Kollegen vorbei. Ja, und dann geht's direkt weiter. Immer weiter. Natürlich fahren wir hier bei Audi auch immer Auto. Aber das ist ja auch Arbeit. Und irgendwann ist Feierabend. Wie überall. Some call it work. We call it passion.